herzlich willkommen zum zweiten teil dieser hetzner cloud serie im ersten teil haben wir so ein bisschen viel bla bla übersicht vor und nachteile geklärt heute und ab jetzt gehen wir so richtig in die materie und wir wollen jetzt das was wir geplant haben jetzt so langsam anfangen aufzubauen und heute werden wir damit beginnen das erste cloud netzwerk hochzuziehen werden uns dort eine pf sense installieren und letztendlich unsere pf sense mit der schon hier neben mir stehenden fritz box die einen ganz normalen dsl anschluss hat werden wir eine side to side vpn verbindung aufbauen so dass wir wirklich von on prem also von hier zu hause mit den geräten hinter der fritz box komplett in unser cloud netzwerk reinkommen und wenn wir das stehen haben dann haben wir ja schon eine side to side verbindung haben also unsere netzwerke schon verbunden und ich würde sagen los geht's mit den netzwerken mit den netzwerken das ist halt eben wirklich relativ einfach es gibt einen wichtigen punkt den ich möchte ich euch kurz vorher sagen in der dokumentation von hetzner steht drin aktuell bringen einem die netzwerke nicht wirklich viel das ist so halb richtig halbe wahrheit denn es gibt so zwei drei sachen die werden noch echt schön die funktionieren sollten aber da gehen wir jetzt nicht tiefer darauf ein das ist schon sehr sehr speziell was wir jetzt haben wollen ist erstmal ein einfaches netzwerk slash 16 denn in diesem netzwerk was wir jetzt hier definieren kann man nämlich weitere subnetze definieren ihr könnt natürlich alles eurer wahl wählen wie ihr wollt ich werde jetzt einfach mal zehn punkt 100 0 0 slash 16 heißt hier hinten die zwei letzten ob hätte sind freie wahl ich kann damit machen was ich möchte und wenn das gehen das ganze jetzt einfach hier cloud network so das ganze läuft bei mir hier in eu zentral das heißt auch wenn ihr maschinen haben sollte in hillsborough oder sonst was die können leider gottes soweit ich das jetzt weiß auf diese netzwerke dann nicht zugreifen gut erstellen wir den netzwerk bereich netzwerk bereich erstellen ihr seht das taucht einfach als schöne kachel laufen darunter auch ein paar informationen wie viele ressourcen und subnetze sind da drin und ein subnetz hat er schon mal angelegt dass 10.100 0 0 24 das ist auch das netzwerk was wir nachher hier verwenden wollen das heißt das ist das grüne hier jetzt erstmal dieses grüne netzwerk hier in der zeichnung wird dieses netzwerk sein wo nachher unsere endgeräte drin sind gut haben wir erledigt das grüne netzwerk steht und auf dieses netzwerk erstellen wir jetzt unsere pf sense bei der pf sense hier ist es handelt sich natürlich zum ganz normalen server und wir alle wissen wir sind in der cloud wir können skalieren das heißt auch wir können klein anfangen in meinem fall ist jetzt erstmal egal also was für betriebssystem denn das prügeln wir sowieso drüber ich weiß gar nicht bei apps kommt da irgendwas bei raus wir müssen also mit einer iso datei darüber prügeln also sagen wir erst mal debien ich will zentral stehen haben einfach in nürnberg falkenstein wäre genauso gut jetzt kleiner hinweis wo auch ich drüber gefallen bin die pf sense hat ein paar probleme mit den treibern für die hdds wenn es sich halt eben um eine amd cpu handelt dann zeigt man der oder zeigt die kiste einem keine festplatte an und wenn die keine festplatte anzeigt kann man nichts installieren also ganz wichtig einmal intel wählen aber ganz wichtig noch für das was wir machen reicht diese kleine kiste hier als pf sense sowieso erstmal vollkommen aus nur und wenn hier unten mit zwei kernen und vier gigabyte ram ist die dann schon gefühlt über provisioniert also wir werden ja einfach die kleine cx 11 das reicht vollkommen aus wichtigster punkt netzwerke hier werden wir jetzt wirklich aus weil das ist unser gerät was mit nackten arsch erstmal im internet stehen soll unsere pf sense das ist die einzige kiste die anfänglich irgendwie internet haben möchte und zwar direkt über die cloud das heißt alle anderen geräte wollen wir uns ja nachher weil die ja auch alle gar nicht von außen her erreichbar sein sollen außer jetzt die ende dem z richten wir uns da jetzt natürlich eine öffentliche v4 und öffentliche v6 adresse ein ich lasse jetzt extra mal das private netzwerk was wir eben erstellt haben extra mal noch weg weil das erleichtert nämlich die sache nachher bei der kleinen verständnis wir richten uns jetzt nur eine öffentliche v4 und öffentliche v6 ein damit wir halt eben einfach auf die kiste auch von außen erstmalig drauf kommen und das werden auch unsere öffentlichen ip-adresse sein wenn wir irgendwelche dienste anbieten wollen na klar mein ssh key habe ich euch beim letzten mal zumindest erzählt gezeigt ist es relativ einfach feier wollen lassen wir vorne erstmal weg die pf sense ist ja quasi selber eine feier wollen aber ganz wichtig wenn man weiß welche ports man auf zu hat natürlich die hetzler kloppen aber dazu kommen wir später also feier wollen backup wollen wir nicht platzierungsgruppen wollen wir nicht label wollen wir nicht cloud konfig wollen wir jetzt auch nicht was wir jetzt hier einfach nur wollen wir nennen die kiste pf sense sense 01 mehr wollen wir einfach gar nicht und drücken einfach auf kostenpflichtig erstellen und dann wird uns die maschine erstellt dauert alles nur fünf sekunden dann geht schon weiter wir klicken drauf interessiert uns auch gar nicht was der jetzt hier gemacht hat dass dein debien läuft denn wir gehen wirklich knallhart hin sagen einfach mal ausschalten weil wollen wir ja sowieso nicht mit der kiste arbeiten sondern wir wollen ja wirklich mit der pf sense arbeiten und da gehen wir jetzt hin iso images wir gehen auf eine page weiter und da unten taucht schon auf pf sense 260 aktuelle aktuellste version falls ihr das video immer mal später gucken solltet wahrscheinlich ist hetzler da so schnell und fügt sogar eine aktuelle version irgendwie mit ein wann und wie schnell die in welchem rhythmus updaten kann ich euch nicht sagen aber das ist zumindest zum zeitpunkt von jetzt gerade die aktuellste version das heißt die sind dort auch mit den iso images ziemlich aktuell so was hat die kiste jetzt gemacht gar nichts wir öffnen jetzt erstmal eine konsole damit wir jetzt gleich auch was sehen da verbindet man sich in die konsole und das ist ja wirklich wie so ein kleines konsolenkabel was wir dann so eine kiste anschließend das heißt wir sehen jetzt wirklich alles das heißt auch wenn die kiste irgendwie was nur auf der konsole ausspucken würde ist ja eine konsole würden was jetzt sehen dieser image eingehängt wir sagen einfach mal maschine starten klicken hier noch mal verbinden manchmal hängt hat nämlich und dann seht ihr schon wir sind auf der konsole drauf ich mache es extra groß für euch damit wir wirklich auch was sehen wir wollen ja nicht blind durch die gegend laufen und da kommt euch das bekannt vor ganz normales boot menü von der pf sense aus dem iso image wir sagen einfach multi user boot und landen dann jetzt gleich im installer dann sehen wir uns wieder ich muss bis dahin nichts machen der installer wir drücken einfach auf accept wir wollen installieren scrollen runter in unserem falle einfach deutsch damit wir auch dieses ganze tastatur layout thema nicht haben und sagen dann oben continue bis de kbd keymap und sagen select jetzt kommt schon der wichtigste point er fragt uns wie soll denn überhaupt die partitionierung aussehen ganz ehrlich wir sind hier in der cloud wir brauchen kein zfs das heißt für uns reicht hier vollkommen aus us bios ihr habt keinen vorteil ihr habt keinen nachteil reicht für uns erstmal vollkommen aus ihr seht schon jetzt hat er gerade die files kopiert hätten wir nicht die amd version gewählt gerade eben für gewisser ich euch hätte da rat gestanden festplatte nicht gefunden liegt aber einfach irgendwie an der an der arbeit des kernels keine ahnung wie genau und die greife ich euch jetzt sagen soll es würde auf jeden fall nicht gehen die installation lasse ich durchlaufen da dauert vielleicht maximal eine minute und dann sehen wir uns wieder eine ewigkeit später die kiste ist fertig als bevor ich jetzt auf reboot klicke klicke ich jetzt einfach mal hier auf iso auswerfen vielleicht können wir es auch schon vorher machen damit er jetzt gleich nicht wieder in dieses blöde iso fall rein bootet und ich sage einfach mal hier die kiste kommt schon der boot läuft jetzt vorwärts wir guten auch man kann schon zwischen den zeilen ganz gut erkennen wir guten jetzt auch schon ins betriebssystem rein das heißt wir sollten jetzt gleich ganz normal im installer landen von der pf sense der läuft natürlich auch direkt schon über die web oberfläche das lassen wir jetzt einfach laufen wir haben das fenster ja hinter und offen und haben ja oben natürlich unsere private ip-adresse die wir zugewiesen bekommen haben von der hetzner cloud das heißt wir gehen jetzt einfach mal hier oben die ip-adresse ein ihr seht schon die ip-adresse die habe ich wohl scheinbar schon mal irgendwann irgendwo benutzt deswegen taucht er sie jetzt bei mir hier oben drin auf das aber völlig normal dass irgendwie immer mal wieder ip-adressen einem zugeteilt werden die man schon mal irgendwie benutzt hatte habe ich schon mehrfach mal gehabt okay wir müssen doch zumindest die grundlegenden sachen noch auf der gui machen auf der ziel ein machen das heißt er fragt mich jetzt möchtest du jetzt eher welche bilans konfigurieren aktuell möchte ich das nicht enter sewan interface er schlägt schon vor ist das vt net 0 oder a für automatik da wir ja nur ein interface momentan haben das öffentliche public interface kann es ja nur das sein wir haben noch keine weiteren netzwerke hinzugefügt also vt net 0 ist unser waren interface LAN interface haben wir jetzt nicht er fragt mir noch möchtest du fortfahren ja das will ich ich sollte mich eigentlich noch fragen ob er das per dhcp macht oder macht das dann direkt automatisch gut denn das ist der richtige weg er macht das ganze jetzt per dhcp erholt sich jetzt die öffentliche adresse die wir hier von hetzner cloud bekommen und zugewiesen haben aus dem dhcp server der hetzner cloud ganz wichtig dabei dabei ist wirklich wichtig dass man weiß und das wird nämlich nachher nicht einfacher werden jetzt mit diesen netzwerken also das was wir bauen ist einfach aber wenn es kompliziert aber euch werden sollte jetzt nicht einfacher weil man nämlich alles mit so sogenannten host adressen baut in der hetzner feier wollen das kann ich euch gerne gleich mal zeigen jetzt sind wir schon hochgefahren dann sollten wir jetzt auch auf die kiste hier drauf kommen da haben wir es schon jetzt können wir uns einloggen und da ist die ganz normale benutzer oberfläche ich glaube standard ist admin und pf sense soweit ich weiß genau und da sind wir im installer gelandet aber noch mal kurz zurück zu den netzwerken das ist nämlich so dass da die adressen alle die man zugewiesen bekommt auch die privaten adressen das sind sogenannte host based adressen oder sowas die haben halt eben kein netzwerk sozusagen kein layer 2 denn alles in der cloud wird halt eben dort gerutet das heißt wir haben immer zum beispiel eine ip-adresse namens 10.100 punkt 0.1 32 und unsere subnetz maß ist dann 32 also 25 25 25 25 25 und wenn wir dann kommunizieren wollen kommunizieren wir immer über das gateway von der hetzner cloud das zeige ich euch einmal wenn ich gerade einmal in der kommunikation drin bin hier seht ihr ja dieses netzwerk hier dieses subnetz und irgendwo steht dann auch irgendwo kann man sich informationen anzeigen lassen kann oder in den docs oder wenn man irgendwo ein interface hinzufügt die 1 ist immer reserviert also die 100 01 ist dort reserviert das ist das gateway von eurem netzwerk hier in eurem cloud netzwerk und wenn wir jetzt gleich der pf sense dieses netzwerk hinzufügen bekommt ihr auch die 2 und hat auch eine slash 32 adresse keine sorge passiert auch per dhcp server und kommuniziert immer und direkt über die 0.1 aber völlig normal gehen wir weiter in unserem pf sense setup da gehen wir jetzt rein next bestellen noch nichts besonderes ein ihr könnt natürlich alles viele gerade einstellen wir lassen die jetzt einfach hier mit namen pf sense home aber lassen wir auch gegeben der kiste zumindest man dns server cloud flare next sagen zumindest mal europe berlin wäre vielleicht ganz nett next da sagen wir jetzt schon waren interface dhcp lassen wir so stehen kümmern wir uns gar nicht drum lassen wir alles so jetzt fragt dann nach einem passwort das tippe ich mal eben ein passwort auch erledigt next wir klicken auf reload und jetzt wird die kiste gleich einmal ja zumindest die konfiguration die wir jetzt erstellt haben einmal neu laden wir öffnen mal wieder die konsole da sieht auch nichts anderes da sieht er nur den login von mir und weiterhin einfach nur dieses diese menü oberfläche gehen wir zurück zur pf sense wenn wir jetzt dorthin gehen sollte die zumindest erreichbar sein das erste mal die copyright und trademark trade mark notices und wir sind jetzt ganz normal auf unserer pf sense drauf kleiner vorsicht jetzt das funktioniert jetzt gerade auch nur so einfach weil ich gerade eben dieses land netzwerk was ich euch eben sagte nicht hinzugefügt habe weil die pf sense so ein bisschen mitdenkt und die hat jetzt gerade nur ein waren interface und hat mich jetzt gerade hier freigeschaltet auf port 443 und port 80 auf meinem waren interface falls ihr sofort das lan interface hinzufügen solltet schließt die kiste euch sofort aus jetzt kurzer geheimtipp viele von euch viele von meinen zuschauern wissen dass man kann hier einfach auf die konsole gehen die shell öffnen und man kann einfach temporär die firewall disablen beziehungsweise alle ports auf durchzug schalten das macht man mit einem pf ctl minus d das heißt einfach nur pf ist ja sozusagen das firewall thema also firewall controller minus d disable heißt nichts anderes wir schalten die firewall auf durchzug falls ja mal nicht drauf kommt wir werden das nämlich auch gleich noch brauchen wir machen was einfach wenn ich schon darüber reden dann fügen wir jetzt dieses netzwerk einfach hinzu also wir gehen jetzt hier über unsere pf sense ins networking rein sagen einfach netzwerk anhängen wählen das cloud netzwerk aus und sagen anhängen und ihr seht ihr auch schon so little magic erteilt uns jetzt einfach die 10 100 02 zu und packt das halt eben in das cloud netz wo wir gerade eben hin wollen was machen wir jetzt einfach pf sense ist ein bisschen intelligent lasst uns einfach auf die oberfläche gucken da seht ihr vt net attached also wir haben irgendwie neues netzwerk interface dazu bekommen wenn ich jetzt auf assignment gehe taucht hier auch vt net 1 auf wir sagen ein einfaches hinzufügen wir sagen ein einfaches konfigurieren enable lan wir machen alles über dhcp ist jetzt erstmal einfach einfach würde ich sagen und haben dann einfach unser netzwerk hier so konfiguriert so wie es sein soll wie hetzner das halt eben vorgibt und jetzt kommen wir zu dem thema dass wir uns jetzt gleich ich sage ja immer in meiner sprache den arsch zu ziehen weil nämlich jetzt die pf sense hingeht ihr seht schon es lädt das wird jetzt gleich zugehen dass die pf sense nämlich jetzt gerade kapiert hat oh jetzt habe ich ein lan interface und wird uns jetzt gleich von der firewall her vorne um den popo zu machen guck mal hier jetzt ist unsere verbindung ja gerade noch da aber jetzt haben wir sie gerade waren interface ist diese eine regel weg das heißt wir werden uns jetzt gleich aussperren wenn wir hier eine neue session öffnen während wir tot das heißt ich gehe jetzt hier schon mal freiwillig hin sagt ihr pass waren interface v4 ich mache alles über v4 tcp und wir wollen einfach nur das https frei haben mit 443 dann sagen wir einfach mal safe und sagen apply changes sorgen jetzt haben wir den fall dass wir uns zumindest wieder über port 443 von rum übers waren einloggen können das besagt hat eben jetzt einfach diese regel kurze kontrolle ob noch was geht ich aktualisiert gerade läuft noch alles also dann gucken wir jetzt erstmal kurz nach unserem netzwerk unter diagnose oder unter status interfaces sehen was jetzt ist sehr klein ich mache es mal größer seht das jetzt 10.100 punkt 0.2 da ist jetzt alles konfiguriert und hier ist auch diese adresse die ich euch sagte 255 255 habe ich auch immer slash 32 mit einem gateway namens 0.1 das heißt alles läuft im endeffekt über das gateway in der hetzner cloud das hat mit sicherheit netzwerk thematisch ganz ganz große ganz ganz große auswirkungen sagen wir mal so aber die können einen dann halt eben so ein bisschen besser überwachen und halt eben schützen und da komme ich jetzt mal so zwischenzeitlich zu einem thema wenn ich denn dann mal in ein gespräch kommen werde wenn ich vor ort bei hetzner bin dann werde ich nämlich genau dieses thema bei denen mal ansprechen denn es ist nämlich ein wichtiges thema dieses thema haben wir nämlich auch immer und immer wieder bei den öffentlichen adressen auch auf den dedizierten servern was dahinter steckt also falls ich mal ein netzwerker von denen in der hand bekomme wahrscheinlich kann mir auch zwei drei andere netzwerke so da draußen sagen was es ist aber trotzdem es wäre ja schöner wenn man das aus direkt aus erster hand bekommt warum das ganze so losgelöst ist oder so gelöst ist dass wir das alles immer über diese gateways pumpen müssen ist gewöhnungsbedürftig aber funktioniert damit ist der netzwerkteil so weit erledigt wir müssen jetzt auf der pf sense wir wollen ja fortschreiten über die packages gehen available packages und installieren jetzt erst mal war ja gerade nach ja nicht so wie bei open sense oder bei mikrotik ist war ja gerade nicht sofort mit dabei sondern wir müssen das erstmal nach installieren aber ich glaube das sind drei lausige pakete die jetzt nach installiert und dann ist war ja gerade für uns ganz normal erreichbar und verfügbar installation schon fertig aktualisieren einmal vpn wire guard als erstes oben auf settings enable wire guard damit war ja gerade überhaupt läuft wenn ich jetzt auf safe drücke weiß ich das dauert immer ein paar sekunden haben wir schon und jetzt bauen wir uns schon mal den ersten tun wir sind ja soweit wir haben wir die firewall wir haben zwar noch einen geschlossenen port macht aber nichts wir haben zumindest ein netzwerk konfiguriert wo noch nichts hinterhängt macht aber nichts aber wir haben zumindest eine ip-adresse die man erreichen kann also können wir unseren tunnel aufbauen jetzt muss man so ein bisschen was wissen jetzt muss man so ein bisschen wissen wie diese olle fritz box so ein bisschen funktioniert und da könnte man jetzt mehrere wege machen die verbindet sich dahin oder unser cloud netzwerk verbindet sich zur fritz box glaubt mir die war ja gerade integration in der fritz box ist zwar mittlerweile da und geht auch aber frei und flexibel ist man leider nicht ihr könnt natürlich auch euch einfach eine pf sense zu hause hiermit zum mini router oder auch immer mit seiner mini firewall aufbauen verlinkt euch einfach mal was und zeigt euch hier gerade mal was im bild macht eigentlich viel mehr spaß als das ganze über seine fritz box zu ballern aber ganz ehrlich viele von euch haben einfach so eine fritz box zu hause und deswegen ist es einfach mit einer